So, neuer Sonne, da bin ich wieder mit GardenWarfare2 und Tim ist auch wieder dabei. Hallo. Und wir sind jetzt Zombies, ne? Ja. Ich hätte gerne... Wir haben uns ja gerade über diese Skins unterhalten. Ich hätte gerne den Skin von diesem Zombie da, von diesem Soldatenzombie. Von dem Sniper da. Mit Sniper, mhm, das sieht echt cool aus, gefällt mir voll. Gegen den Gangster-Meister, weil ich mit diesem lila... Ich bin Blume. Ich auch. Hm, dann machen wir es eben nochmal. Dann machen wir es eben nochmal Blume. Okay. Na komm, ich mach die Blume. Ich mach hier die Sonnenblume. Ich mach die Erbse. Ich mach Tahila. Die Elektroerbse. Elektroerbse. Ich komme. Ja, ein schräger Problem. Diese Scheiß-Türme da oben, die sind Essen. Die kann man nicht kaputt machen, ne? Nein, ich glaub nicht. Macht zwar Schaden, aber irgendwie... Boah, Alter, die haben hier ein Loch in ihr gehauen. Oh, Vogel. Ich treffe den Vogel nicht mit meinem Finger. Mach bei jemandem den Vogel weg. Ein Leben nur noch. Ja. Ich hab Vogel. Ja, oben fliegt die ganze Zeit so ein blöder Vogel rum. Ich wurde gerade von so einem Großwildjäger mit so einem Stinktier auf der Knarre drin. Alle gemacht. Ist der immer noch da, der Vogel? Nee, ich muss jetzt wirklich sein, glaube ich. Nee, ja, oh, da düster los. Ach, scheiß. Komm nicht hoch. So, was ist denn das hier? Pflanzen ziehen. Ich schick denen mal hier so ein... ...großes Ding auf den Hals. Aua! Komm, wo? Von da oben wieder. Ich sterbe. War nicht so einfach mit einem Live. Ich hab übrigens immer noch einen Live. Ich bin irgendwie nicht tot. Ich häng gerade hier fest. Jetzt bin ich tot. Lol. Irgendwie treff ich gerade auch nicht. Oder irgendwie zählt's nicht. Sehr komisch. Gerade ist ja nicht so einfach hier zu heilen. Verflucht nochmal. Pflanze ziehen. Was haben wir denn da? Hier, so ein Ding. Hättest du dich den... Wasenkraut? Oder das Laufwasenkraut? Ich stelle mir vor, dass es ganz nützlich ist, wenn man sowas da durchjagt. Ich heale hier wie ein junger Gott, sag ich dir. Nein, ich... Och Mann, ich kann mit deinem G-Erb so hinfassen. Wow, ich wurde gerade umgefootballt. Jetzt fliege ich hier erstmal weg. Ich habe eine Dreckschleuder erwischt. Einen Wicht-Kick habe ich abgekriegt. Okay, ich merke schon, die wollen hier keinen Heiler. Alles klar. Jetzt spiele ich halt nicht Heiler. Wir nehmen ein. Nicht mehr. Wir nahmen ein. Ich glaube, ich glaube, da sind diese Orangen ganz gut, wenn man einnehmen will. Weil du da einfach durchkullern kannst. Du wirst kaum erwischt und kannst halt dem massiv auf den Sack gehen damit. Oh nein, Feuerwehrrat. Mit Kanone. Ich glaube, Sturmfuzzi behind! Au! Haben wir das hier eingenommen? Zick nicht, ich hab grad Aua gekriegt. Ja doch haben wir. Ich weiß nicht warum die wieder auf einmal alles voll haben. Aua! So ne Dreckschleuder. Umgefrostballt. Achso ja, ich mach mal schießen da hin. Weil alle da hin schießen. Oh Superheld hinter mir! Hilfe! Ich hab irgendwas mitgeschossen. Oh nein! Ombre! Da ist was zu sehen. Hilfe! Aua! Aua! Ja, heile mir! Boah, keine Chance ne. Wenn der an dir dran klebt und sich dreht, dann ist aus die Maus. Ja, weil der nur wenige Schaden kriegt. Nehm. Aber wir haben hier übelst den coolen Heiler dabei. Auf den pass ich auch rauf. So gehört sich das. Und tot. Oh klar, die Rakete geht an allen Pupp bei uns und für mich wird er noch 2% heben. Nehm ein. Mist, ich musste genau da nachladen als ich aufgekommen bin. Ich hab grad den Sprung benutzt, um über den drüber zu kommen. Boah, der hat grad gut XP gebracht. Was war denn das? Wir fliegen über die Fetzen und ich weiß gar nicht was hier los ist. Ich will auch von überall grad befallert, ich bin noch gar nicht richtig da. Da ist ne Ziege! Wo ist die Ziege? Ein Geholtes, der Wahre. Bombs! Ach fuck, ich dachte ich komm noch raus. Rakete reingeschossen, hab irgendwie ein oder zwei rausgeholt, oder? Ich mag den Kolbenwerfer, der ist cool. Ich mag den Kolbenwerfer. Stirb doch du kleiner Lümmel! Au. Es schießt aber auch keiner auf die kleinen Wichser. Die sieht irgendwie keiner, hab ich das Gefühl. Außer ich. Ich seh die immer und dann schieß ich auf die und dann schießen sie auch auf mich, weil sie gesehen haben, dass ich auf die schieße. Und dann bin ich immer schaschlig. Och, es geht eigentlich. Ich hab grad richtig viele mit dieser Bohne weggeholt. Einfach mitten in den Punkt rein und puff. Oh, das Angriff. Aua. Oh nein. Wo ist nur los. Oh lol, hier ist ein Zombie direkt vor mir. What? Ich bin gar nicht so richtig realisiert, muss ich sagen. War nur ziemlich unangenehm, dass wir immer neben mir waren. Noch mal auf die Impacts zurückzukommen, aber ich möchte alles haben außer Rose, weil ich würde so nicht spielen. Ja, Rose brauche ich auch nicht. Die hab ich noch nie gespielt und ich werd's auch nicht spielen. Solange die hier ihren OP-Status hat. Wurde die für mich uninteressant sein. Hm. Ja, wie der nicht stirbt. Cooleste Punchstick war halt auch. Was ist denn hier los? Es ist so laut, Tim! Die Musik ist lustig. Ich find's irgendwie. Zombie fahrt hier. Wo denn? Überall. Weiter geht's. Einfach an allem vorbei. Jetzt töte doch diesen kleinen... Das gibt's doch gar nicht. Doch, Gott. Aua. So viele. Super hin. Mach ich da einen auf dem meisten. Boah, so Musik ist zu Ende. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tim ist schon wieder am Vorstürmen. Bis ich da bin, aber da bist du ja schon fünfmal da. Wo ist denn? Nach links. Scheiße. Ich soll daneben. Ha. Ho ho ho. Au. Ich hab grad noch so drei Leben und... Ach, okay. Ich komme. Zu spät. Ich hab ihn noch gekriegt. Ich komme. Ich hab ihn noch gekriegt. Oh Gott, von hinten. Nee, nee, das war irgendwie eine Granate oder sowas. Ach so. Jetzt kommt einer nach. Oh, okay. Dammit. Hey Leute, hab ich ihn mitgekillt oder was? Oh Mann. Also zwei Prozent Leben. Ich will die Musik nicht mehr hören. Ha 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 ha. Ich finde irgendwie cool die Musik. Ich kann nicht mehr hören. Nein, ja. Find ich lustig. Boah, er liegt hier aber auch los, ey. Butter in the hole. Ich bin tot. K.O. Zirkulin. Ich bin... Ich bin hinter den feindlichen Linien ein bisschen. Jawoll, ich hab noch einen geholt. Ich dachte, die Musik immer weiterhören. Oh, Level 9. Ich bin Level 7 mit dem Mais. Ich Level 9. Aber ich spiel auch immer aber zu was anderes noch. Oh, hab eben auch was anderes gespielt, aber... Jetzt... Jetzt bietet der sich gerade förmlich an, den zu spielen. Ja, weil du einfach hinten stehen kannst und alles reinpfeffern kannst. Ich bin nur mittendrin. Ich bin nur mittendrin. Er ist halt einfach so taktisch. Mit Mischung. Du kannst halt taktisch einfach mal dein Zeug da reinwerfen. Die ganzen kleinen Wichtfuzzis, die kriegen jetzt so ordentlich auch Butter auf die Fresse. Und fertig. Hast du gesehen? Eingenommen. Und alles nur, weil ich da dieses komische Ding reingeschmissen hab. Dieses Butter-Teil da. Jetzt müssen wir den... Boah, es sind hier zwei so ne kleinen Wichser drin, ne? Die sind gerade voll um durchdrehen. Einen hab ich schon geholt. Einen hab ich auch. Kriegt mich jemand wieder geholt? Ich lieg hier doch. In der Mitte. Nee, glaub nicht. Ich bin nicht. Heini grad so einem Football-Heini hinterher. Ich hab so... Faule Hunde alle. Party ruinieren, los. Aua! Was muss ich denn jetzt hier machen? Du musst hier hinlaufen und interagieren auf den Stellen da. Wo angezeigt werden. Wo denn? Boah, irgendwo kommen hier Kugeln hier, Flo. Ich weiß noch nicht von wo. Ja, wir haben eins. Interagieren, wir wissen jetzt wo. Oh. Oh! Viel Schaden! Viel Schaden! Böse Aura! Ja. Kannst du mich aufheben? Ich bin tot. Ach, du lieg neben mich? Ich hab's glatt mit Fake geräumt. Hast du auch in die falsche Richtung geguckt? Ja, ich wollte eigentlich wieder zurückgehen. Hast du nicht, dass da jetzt nur irgendwie einer durchkommt? Und dann auf die Galerie, los. Nein. Oh, das Ding hoch. Oh, das Ding gehört. Oh, das Ding gehört. Okay, mein Gott hilft an dem, ey. Oh! Superheld! Ich hab's echt beide weggeholt. Mich kriegst du nie, du Bastard! Mich hat er doch gekriegt. Ja, was soll ich machen, wenn der im Drehding ist? Deswegen kein Schaden. Jetzt gibt er auch noch an. Wie kann man angeben? Ich weiß auch nicht, welche Taste das ist, was der solche komischen Bewegungen macht. Oder ob das automatisch ist. Ey, die Musik ist voll laut. Warum kommt da nicht jetzt auch immer so Musik? Ja, weil das ne Party ist. Ey, muss ich aber nochmal in die Option rein. Wie ist das gar nicht so laut? Ja, das Problem ist, ich glaub, sich hört keiner mehr. Mhm. Dadurch, dass das halt... Ja, in dem Fall ist es halt leider laut. Ja. Zur Galerie. Ich lauf ja. Ich renne hinter dir her, langsam aber schnell. Wir hatten jetzt. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ernsthaft? Ja. Sieht nicht so aus. Schwarz ab. Oh! Pfiff und Pracht. Oh! Lol! Wir stehen nach vorne, das ist nach vorne. Warum stehen wir nach vorne? Ist das weil wir ein Team sind oder? Nein, weil wir cool aussehen. Yeah, weil wir cool sind. So, darum stehen wir nach vorne. Punkt. Man, das war schon wieder so ne lange Runde. Ja. Wahnsinn. Wieder 21.000. 21.000, ja. Beste Spieler. Natürlich nicht wir. Ja, vielleicht nur von den Sachen. Ja. Ich fand mich gut. Das war ne coole Runde. Ja. Ja. Ich krieg ich Sticker. Machst du Sticker? Ah, ich hab so einen Piraten gekriegt. Diesen High Piraten mit dem... Wie heißt der? Ja. Ähm. Käpt'n Haifischzahn. Ja, hab ich auch. Mit so einem Hai als Pistole, ne? Ja. Genau, den hab ich auch gekriegt. Ich hab auch was dann. Ja. Gut. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Kommentieren nicht vergessen. Abo nicht vergessen. In der beiden Videos neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Oh, Hello. Tino.